Er war der Letzte der Weisen. Bald werden innere Streitigkeiten den ganzen Clan zerstören. Wir müssen etwas tun. Ansonsten drängen die Russen und die Triade uns aus dem Geschäft. Aber ich habe darüber viel nachgegrübelt, edler Hattori. Wir können Kizoku Yukiboyo klonen, und er wird wieder unseren Clan anführen. Denkst du nicht, unsere Laboratorien können dieses Projekt erfolgreich abschließen? Unsere Laboratorien arbeiten bereits auf Hochtouren. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Geheimhaltung von Projekt CYB01 gewahrt bleibt.